Hallo, hallo, hier ist Nico, der Taktik-Typ und es gibt heute wieder eine neue Folge und ich werde hier von Mongos belagert. Das ist unglaublich, was hier los ist. Da, Matthäus mit im TS, Niemann ist mit dabei, James ist mit dabei, Menol ist mit dabei und das reicht erstmal. Und es passiert folgendes, wir haben hier ein neues Holzfäller-Event und Till hat sich einfach mal richtig gegönnt, hier so eine Holz, einfach so eine Holzarena zu bauen. Da sind eine sechs Blöcke dicke Schicht Holz und drin versteckt sind Diamantblöcke und Eisenblöcke und eine Falle, also drei Stück davon. Und Müll. Und Müll vielleicht auch. Eier auf mit dem Müll, jetzt kannst du gar nicht mehr den Zaun werfen. Okay, ihr seid alle bereit? Dann schauen wir mal, wie lange ich mache. Da sind immer was abgebaut. Auf jeden Fall möchte ich mehr Holz haben, um meinen schönen Baum weiterzubauen. und da werden mir hier diese fleißigen Menschen alle helfen, das ist voll nett von euch. Und bitte klaut es einfach nicht, klaut nicht einfach das Holz. Wir wurden bezahlt. Und los geht's. Wenn ihr wüsstet, wo ich alles versteckt habe, also wenn ich selber wüsste, wo ich alles versteckt habe. Und ich freue mich so darauf, wenn der Erste einfach ins End gebootet wird, weil da die Falle ist. Ich habe schon eine gefunden. Also. Ja, direkt, aber bin vorbeigelaufen. Junge, da, Alter, wenn man da reinfällt, dann ist man einfach direkt. Das ist einfach gewesen, Fackeln mitzunehmen. Oh. Fackeln, meinst du also unten drin? Ja, okay. Das wäre natürlich auch spaßig. Ich habe den ersten Diablock gefunden. Als ob. Wo bist du? Ganz hinten. Sag doch, er hat seinen X-ray-Tax-Type. Nein, kann man den X-ray-Tax-Type nicht. Als ob du einen gefunden hast. Oh, ich muss ihn auch fragen. Doch, habe ich. Ein bisschen bedenken, die sind gleichmäßig verteilt, ne? Also, wenn ihr einen gefunden habt, dann solltet ihr woanders weitersuchen. So als kleiner Tipp unter Homies. Bestimmt sind sie alle auf einem Fleck und damit will er uns. Ach, schön. Und hier sieht man schon mal die Kisten. Wer alles mitmacht, das kann ich ja mal sagen. Solange die da rumbuddeln, niemand. Ja, klar. Also, Decarko und Minecraft ist noch mit dabei. Dano ist mit dabei. Und... Was war das? Mino. Kiste für alle. Ach, Quatsch. Und Nixi ist noch mit dabei. Ich glaube, ich schreibe nochmal, dass es weitergeht. Habt ihr noch was gefunden? Elman hat hier vorhin frei gemacht, aber hier ist keiner mehr. Du Cheater. Du absoluter Cheater. Ich glaube, da ist was Großartiges passiert. Ich glaube, da ist was Großartiges passiert. Ich schreibe da aber nicht zurück. Da ist er. Achso, ja okay, dann geht's weiter. Und habt ihr schon was gefunden? Oha, volles Rebring. Nein. Holz? Ganz viel Holz. Ich hab schon Kabel gefunden. Boah, wer war hier denn schon? Achso, und es... Es ist cleverer, weiter oben zu buddeln, weil ich faul war und ich so tief rein versteckt habe. Boah, das hättest du noch mal... Hey, warum fuhre ich hier nicht mehr raus? Ich bin wundert, dass ich nichts finde, wenn ich ganz unten grabe. Ich hab ne Falle gefunden. Ja, lauf nicht durch. Doch, mach mal. Da gibt's noch mehr Diablöcke. Ja, im End gibt's richtig viele Diablöcke. Wahrscheinlich sind die Diablöcke in den Fallen versteckt. Erst im End. Ja, hau rein. Ja, ich hab... Das war ne Falle. Du hast was gefunden. Ey, hier ist ein Eisenblock und der wird einfach nicht abgebaut. Ich hab'n Eisenblock gefunden. Das wusstest du denn. Und ich bin fast in die Falle gelaufen. Und ich hab... Hier ist ein Diablöcke, der nicht abgebaut wurde. Einfach mitten an der Oberfläche. Ach, hier bist du in der Fall. Da war gerade einer. Da war ein Diablöcke. Und mein... Hier hat jemand lang gebaut, aber der hat ihn nicht mitgenommen. Das ist ja krass. Man legt einen Diablöcke frei und nimmt nicht mit. Überragend. Ja. Würde ich natürlich auch machen, weil ich nicht das spenden will. Nee, ich hab' ein Scherz. Boah, ich hab'n Eisenblock gefunden, der erste. Überragend. Ich hab'n noch gar nichts gefunden. Das ist nicht jedenfalls. Hey, was will der? Niemann führt mit zwei Diablöcken, hab' ich gehört. Ich hab' auch schon zwei Eisenblock. Juhu, klar. Aber ich hab' wirklich... ...und jetzt lag' es. Ja. Was geht hier ab? Ich guck' erstmal, was ihr alle so macht. Niemann ist da am bauen. Finde ich die anderen? Ah, da hinten seh' ich doch nen Name. Ja, ich putt mich hier durch. Oh, ich hab'n Koppel gefunden. Ihn darfst du behalten. Nee, der fand ich, der ist zu wertvoll. Echt mal? Muss er zurückerstatten. Das wär' doch das Tor für das Spiel, wenn einfach Koppel... Ich bekomm' 50% von dem Koppel. Wer ist denn noch hier? Da ist der nur. Boah. Der hat... Der hat aber mal richtig gebaut hier. Junge. Oh. Hallo. Das wär's doch, wenn man normal beim Minen auch Diamantblöcke und Eisenblöcke finden wir da anstatt das Erz. Ja, das wär' wir überragen. Overpowered, aber... Habt ihr jetzt schon was... Oh, Schoppy ist noch da hinten. Ob ich den erreiche? Hier nicht. Erstmal ein richtiges Labyrinth hier unten gebaut. Richtig deprimieren, dass ich einfach nichts finde. Ich find' gar nix. Ich find' Koppel und Holz und das war's. Ich hab' zwei Eisenblöcke. Richtig frustrierend, oder was? Ich hab' noch'n Tipp. Ähm... Ein Diablock ist ganz am Rand versteckt. Ja, ich hab' einen Eisenblock. Und ich kann ihn nicht aufsammeln. Genau wie das andere Holz alles. Vielleicht hat Schoppy den schon gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß ja auch nicht genau, wo ich den hingeklatscht hab. Nur gut verteilt. Ah, hier komm' ich wieder hoch. Schön. Wen haben wir da noch? Ich hör' doch hier erwähnt. Ja, ich hab' einen Diablock gefunden. Als ob? Der liegt direkt am Rand. Also Nummer 3, oder was? Ja. Junge, was ist denn los? Derjenige, der am wenigsten hat, bekommt das meiste. Ist doch gerecht. Ja, ihr kriegt noch drei Diablocke, wenn ihr am meisten Holz gefarmt habt. Und... Warte, ich schreib' das nochmal auf. Das Problem ist, ich hab' vergessen, mein Inventar zu leeren. Mein Inventar ist jetzt voll. Jetzt sammle ich die ganze Zeit, das hört's nicht auf. Ja, das ist schlecht. Also wenn du... Ja, wenn du noch die Blöcke gewinnen willst. Also nicken, immer gerne... Ja, noch ein Eisenblock. Aus Diamanten. So. Jetzt kommen die anderen, die nicht aufgepasst haben. Ja, gierig. Was auch richtig witzig war, ähm, ich habe, ähm, Till gesagt, ja, bau doch die Eisenblöcke so ein, wie die, ähm, Kobbelblöcke. Und dann waren das auf einmal 900 Eisenblöcke, die da drin waren. Und 900 mal 9 ist schon eine ganze Menge an Kohle. Und das kann er dann natürlich nicht machen. Ja. Ja, das wäre ein bisschen viel gewesen. Ja, 900 Eisenblöcke, wie viel ist das denn, bitte? Hätte 900 Dierblöcke draus machen müssen. Ja, okay, dann sprengt er einfach komplett diesen ganzen Wirtschaftskreislauf auf dem Server. Oh, oh, ich habe eine Nachricht bekommen, wer mag das nur sein? Könnt ihr jetzt auch mal wieder schreiben, finde ich, in der Gruppe. Ja, kann ja dann wieder ankündigen, wenn mal was Neues passiert. So, ab jetzt habt ihr noch 5 Minuten. Ihr habt noch 5 Minuten, schreibe ich noch. Ja, spielt da schon die Spannung? Und dann kommt direkt X-Ray, lohnt sich nicht. Und bei diesem Spiel schon. Bei diesem Spiel. Jetzt lohnt sich schon. Ja, ich meine. Und du kannst es ja nicht mal nachweisen, ob du dich direkt dahin gebuddelt hast, weil einfach alles durch diese Holzbürmer hier zerfräst wurde. Man beachte, wie ich elegant auf Horvatholzbürmer eingebaut habe. Ja, nochmal Eisenblock, auch nicht abgebaut. Dreh dir einfach die ganze Zeit rein, richtig arsi. Ja, willst du selber drin sein? Bist du famegeil? Ja, genau. Gast in den Videos sein und immer selbst... Mach mir jetzt einfach einen eigenen Kanal in den, äh, so und so. Und sag dann einfach die ganze Zeit im TS. Abonniert mich, abonniert mich, abonniert mich. Ja, richtig spannend. Ja, genau. Ich komm mal noch mit runter und schau mir an, was ihr hier gebaut habt. Ach hier, hier, boah, mal eine richtige Höhle. Jetzt wird es natürlich überragend witzig, wenn hier noch die ganzen Monsters spawnen würden und dann so ein paar Leute sterben und die ganzen Holzblöcke rumliegen und dann ist der Sieg sicher. Da gäbe es Mord und Totschlag, weil die jemand einsammeln würde. Ich glaube, das Problem wird sein, dass irgendwann ein Simultar von allen Fall ist. Ja, die Kisten stehen draußen. Ihr könnt das ja locker flockig einfach wegbringen und dann weiterbuddeln. Ach, jetzt muss ich hier den Müll aufsammeln, ich glaub's ja nicht. Ja, du musst einfach sagen, dass ihr die DIA-Blöcke auch in die Kiste legen sollen und glaubst du dann einfach so ganz dreist. Und versteck die dann wieder. Aber es sind ja nicht mal meine eigenen Blöcke, die hat Till gespendet. Oder wir kriegen jetzt alle einen Bann, weil wir gecreepht haben hier. Soll ich mal eine PR stellen? Ich habe ein paar Leute gesehen, die einfach rumge... Aber dann wirst du auch gebannt werden, weil die dann alle sagen wollten, dass du ihnen das erlaubt hast. Nee. Meinst du, dass dann wird man gebannt wegen unklären Verhalten? Ey, ich wollte mich auch mal bannen, weil ich einen dazu angestiftet habe, dass er Fremdwerbungen macht. Ach was. Das ist ja geil. Auf keinen Bann, auf keinem Server. Echt, bist du so gut? Wurde mal für vier Stunden gebannt, weil es ein dummes Schwein gibt, das ich aus Versehen wieder getötet habe. Piggy. Auch passiert. Und aus diesem Grund gibt es jetzt einen neuen... Ey, warum portest du mich immer? Ich dachte, du würdest... Weil du hier nur einmal bist. Oh mein Gott, ey. Ich wollte auch ein bisschen darauf achten, was da in dem Chat steht. Ich habe mich gerade hochgebaut. Ernsthaft. Ach so, tut mir leid. Ist ja nicht so an die Ecke, dass runterfällt. So. Hier ist schon wieder ein Enderman. Zwei Minuten noch. Ich finde gar nichts mehr. Das nehmen schon alles weg, die X-Spray. Dann habe ich was anderes. Oh man, jetzt... Das macht doch keinen Spaß, wenn wir hier mal... Oh, das ist brutal. Du hast eine Falle gefunden. Ja, die ist halt offen. Aber ein... Am Anfang waren das noch immer fünf Felder hintereinander. Ein breit und dann fünf Felder hintereinander. Das hat der Cleaver aber heute Nachmittag auch schon geschrieben, dass es immer nur ein Block ist. Boah, warum steht der jetzt überall Creeper? Da war in den Kisten. Es sind einfach zwei explodiert neben mir. Ist der behindert. Oh, ich bin ins End gekommen. Und er ist weg. Ja, kannst du dir fair machen. Ne, ich brauche mich jetzt mal rüber zum End. Schauen wir mal, ob der Drache da ist. Ernsthaft, jetzt farmt der hier ganz dreist neben mir. Ich habe ne... Lol. Ich habe ne... What the fuck. Ne Diamantschaufel mit Effizienz E5 gefunden. Wie geil. Oh, nicht schlecht. Und irgendeine Axt, die mir nicht gehört. Oh, bitte. Nein, nein, nein. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Geh weg. Geh weg, du dreckiger Zombie. Ich habe doch noch die Rechte auf den anderen Kisten. Theoretisch könnte ich die einfach der Raum und dir verkaufen. Und fertig. Gut, dass du es gesagt hast, dass wir es jetzt alle wissen. Oh, ja, ja, gut. Würde ich natürlich auch immer machen. Ich habe noch ein paar extra Minuten, oder? So, dann machen wir jetzt erstmal die Auswertung. Jetzt die Auswertung. Und es ist tatsächlich passiert. Niemand hat gewonnen vor Minol und vor Mincrafter. Und Denno, und Denno ist mal so dreist und hat das Holz einfach geklaut. Mann, 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 Mann. Aber ein schöner Anblick. Ein wirklich schöner Anblick. Und was ist... Ja, noch ein schöner Anblick. Noch ein schöner Anblick. Bleib stehen. Du Kröte, du Kröte. Aber was ich noch sagen könnte, ne? Wir haben einen Clan gegründet. Ja, Clan, Rosta, CDP. Und tatsächlich, Clan der Taktik gibt es jetzt. Mit Minol, Niemann, Matteo, Nix. Also, Nix bin ich selber. Und Tillmann als Leader. Winnie und Phil dürften eigentlich auch noch Leader werden. Aber das sollte doch echt richtig schwer sein. Dass wir alle gleichzeitig online sind. Weil das ist das Problem, wenn man so viele Leader hat. Dass wirklich alle gleichzeitig online sein müssen, um noch einen neuen Leader zu machen. Und wenn wir erst mal sieben sind, ja, dann wird es gar keine Probleme in unserem Clan geben. Das merke ich schon. Aber wir sind ja für Gleichberechtigung. Also zumindest für ich. Und hätte ich vorher gewusst, dass man als Clan Gründer trotzdem nicht mehr Rechte hat als alle anderen Leader. Ja, ja, dann hätte ich das, glaube ich, doch nicht machen sollen. Nix, komm mal her. Nix, ey. Ich würde was geben. Wo bist du denn? Da. Hier. Du Hund, ey. Ja, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und das war das mega geile Holzfäller-Event. Ich gucke mal gerade, was übergeblieben ist. Also, was das mir gebracht hat. Und die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste und die Kiste. Ja, dann habe ich wieder vier volle Kisten. Das sollte reichen, um die nächsten zwei Äste zu bauen, ne? Sollte dafür reichen. Ach, dann mache ich das hier auch gerade. Komm, der wickst du mit Wasser. Ey, hört doch auf mit Wasser hier. So, ich zeige jetzt einmal, woran... In meiner Kiste ist noch ganz viel Holz. So, jetzt bin ich hier. Nick, 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 Nick. In meiner Kiste ist noch ganz viel Holz. Das ist gut. Ja. Aber wenn wir... Da, da oben. Da habe ich weitergebaut. Ah, das wird schon mächtig. Guck ich noch einmal schnell vom Tor aus. Hau um ein Tor. Von hier. Da, da ist das schon mächtig. Da bin ich gerade am bauen. Die Leute, bei mir zu Hause, die man Familie nennt. Ne, Spaß. Ich habe keine Familie. Spaß. Wir wollen heute einfach immer reinkommen. Immer. Was reinkommen? Ja, in mein Zimmer. Aha, warum? Bist du begehrt in deiner... Richtig. Bist du richtig begehrt in deiner Familie? Jetzt nimm doch bitte die Anfrage an, erstmal. Oh. Ja. Ja, okay, mach das. Ja, jetzt kommt das gleiche bei raus. Oh mein Gott, jetzt muss ich es selber annehmen. Das war so unnötig von dir, anstatt einfach satp-sat reinzuschreiben. Ach, meine Güte, meine Güte. Warum lag ich jetzt so? Du lag jetzt? Da lag ich. Da lag ich. Kann ich jetzt die Kisten selber wieder abbauen? Ich hoffe. Die kann ich abbauen. Und die nicht. Ja, geil, jetzt habe ich hier Kisten rumstehen. Meins. 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 Ja, Kisten über all den Kisten. Meins. Meins. Da war der ganze Dreck drin. Ne, den wollte ich nicht. Die Kisten kannst du nicht abbauen. Die ist Fame. Ey, du hast meinen zwei Kisten geklaut. Ach ja, schön. Nein, das war jetzt für diese Folge, wenn ich gleich das Ding in mein... Also zum Rendern losschicke und merke, dass wir echt dann 10 Minuten dumm hier rumgelabert haben und dadurch das Video einfach doppelt so groß wird. Was soll's? Was soll's? Wer hat hier... Ach so. Wer hat eigentlich hier das Enddingens abgebaut? Ich mich auch. Das war James, oder? Ich weiß es nicht. Du hast ja die beiden... Wie heißen die Viecher überhaupt? Nein, das habe ich so aufgenommen. Einstein. Zwei Einstein. Nein, egal. Das habe ich gut gemacht. Tut mir leid. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt ist wirklich Schluss. Und tschüss.